So, einen wunderschönen guten Morgen hier zum Livestream Daxelong oder Short heute am 7.01.2020. Mein Name ist wie gewohnt Markus Kleber und wir wollen uns natürlich hier auf dem Kanal von JengFG wie gewohnt natürlich primär dem Daxe widmen, der ja gestern erstmal Schwäche zeigte. Die politische Situation zeigt ja auch nicht wirklich positive Aspekte auf aktuell, aber die Märkte konnten sich erholen. Wir hatten darüber gesprochen, dass hier gegebenenfalls Erholungspotenzial besteht und sind somit am Vormittag erstmal hier mit einem Szenario Short gegangen und hatten dann eben im Live-Trading-Room entsprechend ein Long-Szenario aufgebaut und schlussendlich ist der Markt in Richtung der Gap-Closes gelaufen vom Freitagabend. Also wir haben hier wirklich enorme Stärke gesehen und sind mal wieder zurück in der Seitwärts-Range zwischen in etwa 150 bzw. 175 auf der Unterseite und entsprechend dem 300er-Bereich auf der Oberseite. Also wir sprechen seit mittlerweile über zwei Monaten über diese Zone. Der Dax ist mal wieder da drin. Der Dow Jones ist natürlich in Richtung der Hochs gelaufen, ist da noch nicht reingekommen, aber ist schlussendlich sehr, sehr stark. Wir werden darüber sprechen. Wir werden auch darüber sprechen, dass der Iran über Maßnahmen berät bzw. abstimmen lässt gegen die USA als quasi Revanche gegen die Tötung von Qasim Soleimani. Also nicht ganz so schön in meinen Augen, wenn man es mal gelinder ausdrückt. Wir werden uns das Ganze natürlich gleich anschauen, bevor wir das tun. Wie gewohnt an dieser Stelle der Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, gegebenenfalls vortrade, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbank.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Ein Blick auf die Newsseite. Erstmal links natürlich wieder der Hinweis. Heute 10.30 Uhr zusammen mit Andreas Müller habe ich die Ehre, den Live-Trading-Room abzuhalten. Ich freue mich, wenn ihr natürlich mit dabei seid. Es ist ja immer mit ihm zusammen sehr, sehr lustig. Wir tauschen uns aus, die Ideen des Tradings, die Ideen zur aktuellen Lage am Markt. Und natürlich wird hier auch der ein oder andere lockere Spruch immer fallen. Es ist sehr, sehr locker. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Ihr könnt Fragen stellen. Wir werden antworten. Ihr seid herzlich dazu eingeladen. Um 10.30 Uhr heute hier im Live-Trading-Room auf dem Kanal oder beziehungsweise auf der Website von jfd.com könnt ihr euch hier entsprechend anmelden. Dann eben um 19 Uhr auch mit Dennis Gürtler entsprechen. Das Webinar heute, das wöchentliche Dienstagswebinar und dann 15.45 Uhr oder auch heute wieder 14.45 Uhr. Da müssen wir mal draufschauen, was die Lage sagt. Auf jeden Fall haben wir gestern mit dem 14.45 Uhr Livestream gute Setups kreieren können, die dann eben auch nahezu eintraten. Dann mit der US-Markteröffnung um 15.30 Uhr. Somit, ja, wir sind ja eh am Überlegen, das Ganze nach vorne zu legen. Und somit schaut da gerade auch gerne auf dem Stream von Guidance. Dort poste ich ja, wann ich dann direkt starte. Ansonsten habt ihr das Ganze natürlich im Nachhinein als Video. Blicken wir mal ganz kurz auf dem ISM-Index. Verarbeitendes Gewerbe vergangene Handelswoche Freitag rausgekommen. Wenn ihr nach rechts schaut, sehen wir, dass wir neben den Zahlen um 11 Uhr, Verbraucherpreisindex EU, um 16 Uhr den ISM-Nichtverarbeitendes Gewerbe bekommen. Und hier der Blick auf das verarbeitende Gewerbe. Und das war historisch schlecht. Wenn wir mal das Ganze nach links schieben, also diese Betrachtungsweise etwas ausweiten, dann sehen wir, dass wir mit der 47,2 weit unter der 50 schon eine sehr, sehr lange Zeit in diesem Bereich nicht mehr waren. Und wir müssen bis in das Jahr 2009 zurückgehen, bis wir eben sehen, dass eben dieser ISM-Verarbeitendes Gewerbe mal in diesem Bereich war. Also sehr, sehr schlecht. Und wir wissen, dass wir ja hier eben die Finanzkrise hatten in dieser Zeit. Also da hatten wir, und da war er ja am Steigen, wo wir das letzte Mal in diesem Bereich gefallen sind. Das war weit vor 2009. Das war dann hier doch Anfang 2009. Da waren wir auf jeden Fall in diesem Bereich. Also sehr, sehr schlecht. Und somit schaut natürlich die Welt, die Börsenwelt, auch auf den ISM-Nichtverarbeitendes Gewerbe. Wenn der jetzt auch noch schlecht, oder schlecht, ja, schlecht bestätigt sozusagen, und dann eben morgen noch die ADP-Zahlen kommen, so ein bisschen die Vorläufer, wobei es ja, vorsichtig gesagt, gar nicht mehr so die Vorläufer sind, dann eben am Freitag die Non-Farm-Pay-Rolls. Wir werden darauf blicken. Es wird natürlich dann auch ein wenig richtungsentscheidend, gegebenenfalls für die FED werden, die ja dann eben auch dieses Jahr natürlich wieder darüber entscheidet, ob sie die Zinsen senken oder nicht senken, ja, erhöhen oder nicht erhöhen, was auch immer, in den USA. Und wenn natürlich jetzt hier die Wirtschaftskennzahlen in Summe doch immer wieder schlechter werden, das bedeutet dann eben auch gegebenenfalls, dass die FED aktiv werden muss, will, und dass entsprechend vielleicht auch der Markt irgendwann mal fällt. Aktuell zeigt er das nicht. Die Schadtechnik zeigt hier sauber nach oben. Und somit blicken wir jetzt natürlich, nein, Moment, einen Blick wollen wir noch richten auf, Moment, das muss ich erst kurz für euch noch öffnen. Ich hatte ja eingangs eben schon gesagt, dass der Iran quasi Vergeltungsmaßnahmen gegen die USA, ja, 13 Szenarien werden hier besprochen. Und wenn das Schlechteste, hier kommt schon mal die Breaking News, ja, 13 Szenarien, ich scrolle mal ein kleines Stück weiter nach unten, hier kommt eben entsprechend auch ein Tweet auf Twitter. Wenn das Schlechteste dieser 13 Szenarien eintritt, dann wird es ein historischer Albtraum für Amerika als Revanche gegen das Töten von Quasem Soleimani, ja, wie auch immer man das wirklich richtig ausspricht. Also die Situation ist wirklich stark am Brodeln. Allerdings, und da gehen wir jetzt mal zurück auf den Chart und gehen hier natürlich dann eben auch mal auf den Blick, ein wunderschönen guten Morgen, auf den Chart und schauen uns das Ganze erst mal am DAX an. Wir wissen ja gestern, dass wir relativ schwach reingekommen sind in den Markt. Ja, wir hatten wirklich Schwäche und haben diese Schwäche dann frühmorgens auch direkt weiter ausgebaut, was dazu führte, dass wir dann eben auf der Abwärtsseite Geld verdient haben gestern. So, dann aber kam der Markt entsprechend so ein wenig ins Bremsen. Das merkten wir im Live-Trading-Ruhm, dass wir hier unten quasi nicht mehr weiter nach unten kamen und im Endeffekt auch in einem, ja, leichten Unterstützungsbereich waren und dann gesagt haben, okay, wenn sich denn jetzt hier unten irgendwie diese Bremse zeigt und wenn man dann eben auf der Long-Seite unterwegs sein möchte, dann kann man hier durchaus auch mal die Long-Seite spielen. Zumindest hier so ein paar wichtige Widerstandsniveaus, Eröffnungskurs des gestrigen Tages und dann hatten wir hier auch noch so ein kleines Zwischenziel für die Long-Seite. Wir sind erstmal nicht davon ausgegangen, dass direkt mit diesem Move hier oben die Gaps geschlossen werden, dass eben gegebenenfalls sogar in diesem Bereich sich hier nochmal Short-Gelegenheiten boten oder boten hätten, muss man ja sagen, aber das kam alles nicht und selbst wenn man hier eben dann doch nochmal eben vielleicht einen leichten Short-Versuch gewagt hat, so hatte man dann gestern auf jeden Fall zwei sehr, sehr schöne Szenarien, einmal Short, einmal Long und selbst wenn man dann hier an markanten Widerstandsniveaus nochmal geschortet hat, naja, dann wäre es dann hier schlussendlich nochmal ein kleiner Verlust gewesen. Für mich war gestern der Handelstag sehr, sehr schön. Es war für mich zumindest für dieses Jahr der beste Handelstag. Allerdings hatten wir ja auch bis jetzt erst drei. Von daher, da kann sich natürlich noch einiges zeigen. Der Handelstag gestern war sehr, sehr gut. Wo sind wir jetzt aktuell? Wir sind erstmal wieder zurück in the Zone, wie man so schön sagt. Wir gehen mal auf den 4-Stunden-Chart und ganz kurz nur, ihr werdet mittlerweile wahrscheinlich gelangweilt sein von diesem ewigen Einzeichnen dieser Zone hier. Ich sage jetzt eingangs schon, dass wir ja hier eben so einen Seitwärts-Zonen-Schiebebereich haben, zwischen 300 und Unterseite aufgefächert. 130, 150, 175. Das sind so diese kleineren Ziele beziehungsweise unteren Grenzen dieser Seitwärts-Schiebezone. Wo sind wir? Wir sind mittendrin. Wir sind hier auf dem Weg in Richtung 200. Wir sind fast wieder in der Mitte dieser Seitwärts-Schiebezone. Nun muss man natürlich sagen, dass der DAX hier aus diesen Hochs, er hatte versucht, ja hier nochmal diese Jahreshochs rauszuholen, wirklich eine relativ scharfe Abwärtsbewegung gesehen hat. Wir hatten dann gestern Vormittag auch eine relativ scharfe Abwärtsbewegung. Hatten wir hier unten allerdings, und das ist der Kernpunkt auch dieser Long-Bewegung gestern gewesen, wir haben im Live-Trading-Room wirklich eine wichtige Anomalie des Volumens entdeckt und sind somit hier auch wirklich mit dem Gedanken behaftet gewesen, halt die Long-Seite zu handeln, die sich da gestern als sehr, sehr schön zeigte. Und dann kam jetzt hier dieser Rebound. Allerdings muss man sagen, dass dieser Rebound zu dieser Kernabwärtsbewegung mittlerer, ja das auch nur in etwa so 50% sind. Also ich bin schon mit dem Gedanken weiterhin behaftet, dass der Markt und ja die politische Situation wird es auf jeden Fall unterstützen. Auch die fundamentale Situation würde es grundsätzlich unterstützen. Wir können auch gleich nochmal aufs Sentiment schauen. Ich denke, das ist auch noch relativ hoch, sodass hier nach wie vor die Möglichkeit definitiv da ist, dass wir etwas nach unten immer mal wieder wegdriften könnten. Somit hätten wir jetzt hier die Möglichkeit, da gehen wir mal auf den 5-Minuten-Chart und schauen uns das Ganze an. Wir haben eine relativ weite Opening-Range heute, im Gegensatz zu gestern, wo wir die Opening-Range relativ klein hatten. Wir schieben das mal zusammen. Das hier war gestern die Opening-Range, dieser blaue Bereich. Und heute ist die Opening-Range sehr, sehr groß. Und wir hatten ja gesagt, dass wir jetzt hier in den nächsten Tagen und Wochen immer mal auf diesen Punkt dieser Opening-Range blicken werden. So, das ist jetzt hier die Opening-Range. Zack. Und das ist ja hier fast dreimal so groß wie der gestrige Tag. Somit ist das für heute, zumindest in der normalen Form, höchstwahrscheinlich gar keine Option. Und auch jetzt hier oben zu kaufen oder hier unten zu verkaufen, müssen wir uns jetzt erstmal stark überlegen. Da müssen auf jeden Fall für mich noch ein paar mehr Parameter hinhauen, ein paar Parameter passen, um jetzt hier diese Trigger zu nutzen. Ansonsten würde ich mich heute hier gegebenenfalls anderer Ideen, anderer Triggermöglichkeiten zum Handeln im Prinzip bedienen. Und da wäre es natürlich ein Gedanke, klar, in Richtung der 300 erneut auf der Long-Seite zu handeln. Opening-Range-Breakout auf der Nordseite ist hier allerdings in meinen Augen etwas zu stramm. Das ist jetzt nicht viel. Oberbereich, auch wenn wir jetzt hier vielleicht sagen, der Dennis, ein Coaching-Schüler von mir, hatte mir eine Analyse zugeschickt am Wochenende. Der schrieb, dass er als Ziel die 330, 320, 330 sieht. Das ist auch ein Bereich, den wir in der Vergangenheit des Öfteren mal genommen haben. Also somit ein leichtes Überschreiten der Opening des Widerstandsbereichs um die Marke 300. Durchaus denkbar, durchaus realistisch. Und dann hätten wir vielleicht sogar mit dem Opening-Range-Breakout entsprechend Chancen. Allerdings die Chancen zu der klassischen Opening-Range sind trotzdem nahezu uninteressant. Denn die Opening-Range, wenn wir erstmal in Punkten messen, die ist hier heute Morgen 2,30 auf 148. Also wir haben hier fast 80 Punkte. Opening-Range und das ist natürlich sehr, sehr viel. Und da können wir hier unten auch nicht den Stopp nutzen, wenn wir sagen, okay, man stoppt sich jetzt hier. Das war gestern schon relativ groß. Das sieht jetzt klein aus, aber das war gestern schon mehr, als wir eigentlich normalerweise setzen. Deswegen hatten wir da gestern auch so ein paar Feinheiten verändert in so einem Trading. Und das ist heute natürlich viel, viel zu groß. Und von daher ist es jetzt erstmal ein interessanter Gedanke, den ich mir aktuell zurechtlege. Wir blicken dazu mal kurz auf den US-Markt. Der ist natürlich auch sehr, sehr gut nach oben gekommen, hat die Ziele sogar auch gestern dann überschritten. In der letzten Handelsstunde ist er sogar noch über das Ziel gestern hinausgeschossen, dass wir uns gesetzt hatten für die Aufwärtsseite. Und vor allem hier war es halt wirklich der Punkt, dass die Aufwärtsseite sehr, sehr schnell umgesetzt wurde. Sehr, sehr klar. Und somit die Trigger hier auf der Aufwärtsseite gestern wirklich sehr, sehr schön funktionierten. Wir hatten besprochen, 14.45 Uhr, dass der Markt hier wirklich Chancen hat, in den Schlusskursbereich vom Freitag reinzulaufen. Beziehungsweise, wenn er sich auf der Aufwärtsseite halt entscheidet, in Richtung dieser Bereich, in etwa um die Marke 28.300 zu laufen. Das kam ja nicht. Er startete ja quasi direkt durch, Opening-Range-Phase. Er war ganz kurz mal im südlichen Bereich unterwegs. Er kam sofort starke rein. Und das war wirklich wie am Schnürchen gezogen. Gestern hier die Aufwärtsseite halt in den US-Märkten. Somit ist hier natürlich erstmal stärker. Jetzt kommen wir hier so ein bisschen zurück. Und hier kann es auch durchaus sein, dass wir in den Bereich des Bereichs um die Marke 600, 28.600 erstmal noch so ein kleines Stück zurückkommen. Durchaus möglich, durchaus denkbar. Somit wäre es hier ein Gedanke meinerseits, dass wir uns jetzt mal anschauen, was macht denn der Markt hier oben mit diesem Opening-Range-Trigger. Es wäre vielleicht ein Gedanke wert, auch wenn wir jetzt hier quasi aktuell in einer relativ sauberen Aufwärtsbewegung stecken, dass wir uns mal den Opening-Range-Breakout-Trigger gegebenenfalls als False-Breakout-Trigger zurechtlegen. Also wenn der Markt hier drüber geht und relativ schnell wieder unter diesen Bereich abtaucht, quasi, dass man sagt, okay, der Schlusskursbereich des gestrigen Tages, beziehungsweise vielleicht sogar hier die Tiefs der Opening-Range, wären ein denkbarer Weg. Somit hätten wir hier 80 Punkte. Genau, es sind 80 Punkte, schreibt Daxmeck hier. Und wir können das fast mal zurechtlegen. Also in der Seitwärts-Schiebezone, wo wir beide Seiten schnell ausbauen. Wir wissen auch, dass wir hier oben so im 250er-Bereich so einen kleinen Mini-Widerstand haben, in der Zone, die wir seit zwei Monaten kennen. Somit wäre das ein Gedanke. Der Markt dippt hier mal kurz drüber, zieht allerdings nicht nach oben weiter, sondern geht nach unten wieder weg. Somit hätten wir hier einen antizyklischen Gedanken, das Ganze auf der Short-Seite zu fahren. Hier mir sogar erlauben zu sagen, dass man hier, wenn wir uns mal gestern den Opening-Range-Breakout-Trigger anschauen, dass wir hier durchaus auch das Potenzial hätten, in Richtung 30 abzutauchen. Und dann hätten wir hier eben auch so 80, 90 Punkte Chance auf der Abwärtsseite. Das wäre so eine Überlegung, die ich mir jetzt hier für den Morgen zurechtlege. Sogar auch noch den Gedanken, dass selbst wenn wir so ein Stück weit höher laufen, also hier nicht sofort wegdrehen, sondern vielleicht ein bisschen mehr Momentum bekommen, dass wir hier auch so der 75er-Bereich, dass hier, wenn sich Möglichkeiten ergeben, dass sich eher die Short-Seite handeln wollen würde, heute am Morgen hier im DAX. Und da müssen wir mal schauen, ob der Markt das zeigt. Wenn wir nach oben nicht rausgehen, das ist hier immer noch eine knappe Kiste, wenn wir nach oben nicht rausgehen, dann können wir uns vielleicht um 10.30 Uhr, wenn das bis dahin nicht passiert ist, ist klar, das sind natürlich noch ein paar Minuten, dann können wir uns hier vielleicht auch in dieser Range, aber jetzt kommen wir vielleicht nach oben raus, müssen wir gleich mal gucken, in dieser Range dann eben vielleicht auch unterhalb des Eröffnungskurses um 8 Uhr dann vielleicht auch nochmal den einen oder anderen kleineren Short-Gedanken aufbauen. Aber ihr merkt, Short ist erstmal so. Jetzt kommen wir drüber, sind kurz drüber gedippt schon mal, jetzt müssen wir uns das Ganze mal anschauen hier, sind jetzt kurz drüber gedippt, Zack, über diesen Hochpunkt, jetzt ist es halt interessant, schafft es der Markt, das hier oben im Endeffekt auszubauen, schafft er es nachhaltig drüber zu gehen oder gibt es hier dann entsprechend einen interessanten Trigger, zum Beispiel im Heiken Aschi Chart, den ich mir hier durchaus dann zurechtlegen wollen würde, als Trigger. Ja, man kann das gerne auch auf dem Minutenschart machen, dass man sich jetzt sagt, okay, wenn das hier rot wird, ja, dass man dann sagt, okay, den Gedanken der Short-Seite fährt man halt hier mal versuchsweise. Ähnlich wie das dann hier so funktioniert hat, wenn das Ding rot wird, dann die Abwärtsseite. Wenn das Ding hier rot wird, dann quasi, Zack, die Abwärtsseite. Das wäre so ein Gedanke, den ich mir jetzt hier so zurechtlegen würde, mit dem Gedanken, dass wir hier vielleicht nicht diese Opening Range nach oben durchschreiten, sondern dass das hier ein Fehlausbruch wird und entsprechend, ja, der Markt das einfach nach oben nicht rausschafft. Gehen wir auf den Euro-US-Dollar. Der ist mittlerweile auf dem Weg nach unten. Wir hatten hier gestern mal mit ganz kleinem Risiko mal die Long-Seite versucht. Es zeigte sich, dass das eben gestern kein Bestand hatte. Wir hatten hier eben darauf gesetzt, dass wir eben in Richtung 1.12 kamen, mit dem Momentum in Richtung 1.12 kamen und hier dann eben nach einem kleinen Rücksetzer mal versucht haben, die Long-Seite in Richtung weiter dieser Bewegungshochstieg zu handeln beziehungsweise in Richtung 1.1269. Das hat in diesem Fall nicht funktioniert. Wir sind hier mit einem kleinen Risiko rausgeflogen, hatten aber ja im Dow Jones und im DAX gestern die guten Trades. Von daher brauchen wir uns da nicht ärgern. Gehen wir auf den Goldpreis. Der ist erst mal ein Stück weit nach unten gekommen. Da fehlte eine Nuance in der Nacht, um hier in den Kaufbereich reinzukommen. Ich wollte ja eigentlich sehen, dass der Markt hier quasi diesen Bereich nach unten testet. Das hat er bis jetzt noch nicht ganz geschafft. Ich würde hier nach wie vor mal abwarten, aber ich würde es jetzt auch nicht ausschließen, dass ich den Markt gegebenenfalls doch etwas eher auf der Nordseite schon bekomme. Der Test unten, der kam jetzt nicht exakt, aber er kam. Die Schwäche setzte erst mal ein. Jetzt sind wir eben wieder in diesem Bereich, den ich mir schon vergangene Handelswoche hier als Zielbereich gesetzt habe. Da sind wir jetzt dran. Ich würde mir jetzt schon fast sagen, wenn wir noch mal so ein Stück nach unten kommen und dann auch einen Trigger auf der Nordseite irgendwie bekommen. Entweder hier dann schon, dass man dann schon sagt, okay, wenn der Markt anfängt wieder anzuziehen, dass man dann kauft, aber spätestens, wenn wir hier über diesen Triggerbereich kommen, dass man dann sagt, okay, die Longseite ist aktiv. Wir laufen hier in Richtung der 90 Pi mal Daumen, wo wir schon waren, beziehungsweise das Ziel ist ja 1600, sodass wir hier erst kurzfristige Ziel, langfristig können wir hier durchaus weiterlaufen, wenn eben die Stärke vorhanden ist, sodass wir hier dann eben aus dem Bereich 70 vielleicht sogar in Richtung 1600 handeln können. Das wäre ja ein Potenzial von etwa 30 Dollar. Das werden wir auch gegebenenfalls im Live-Trading-Room besprechen oder natürlich jeweils in den Livestreams. Somit haben wir jetzt die Märkte durchgesprochen, gehen hier noch mal auf den DAX. Hier ist jetzt erst mal der Gedanke, so ein bisschen ad acta zu legen, denn der Markt geht ein Stück weiter nach oben. Allerdings, wenn wir hier mal schauen, da kam noch kein Trigger, da ist jetzt kein Trade irgendwo zwingend notwendig gewesen. Jetzt schauen wir mal. Wir wissen, der 50er Bereich ist ein Widerstandsbereich, der 75er Bereich. Also hier hat man durchaus nach wie vor die Chance, das Ganze auf der Abwärtsseite zu versuchen und das warte ich jetzt auch ab. Nur, dass es sein kann, wenn der Markt noch ein Stück weit nach oben kommt, dass ich hier ein bisschen konservativerer mit dem Trigger werde, sodass ich dann gegebenenfalls, auch wie das heute Morgen schon war, dass ich dann den ersten roten Versuch abwarte, dass ich dann sage, okay, dann lass den erst mal rot werden. Kann sein, dass er doch wieder nach oben weiter geht und wenn er noch mal rot wird, dann würde ich es dann eben auf der Abwärtsseite versuchen. Kann allerdings bedeuten, dass dann gegebenenfalls der Markt halt nicht in diesem Wendepunktbereich ist, sondern dass wir dann ein bisschen rot oder schneller rot werden, sagen wir mal. Dass wir dann eben rot werden, vielleicht so zwei Felder, dann eben quasi hier noch mal grün werden. Das ist ja Grundvoraussetzung. Idealerweise gehen wir hier nicht mehr nennenswert nach oben, grün werden und dann eben noch mal rot werden. Wenn man so ein bisschen Pech hat, in Anführungsstrichen, dann ist es manchmal so, dass dann eben, wenn das rot wird, vielleicht so eine rote Kerze schon ein bisschen größer ist und dann muss man schauen, ob der Einstieg hier passt oder ob man dann arbeiten muss, dass man dann, wenn das Triggersignal kommt, den Limitpunkt zum Einstieg doch ein Stück höher setzt oder eben anders mit dem Stop arbeitet. Aber das wird jetzt ein bisschen zu detailliert. Das sind dann so die Gedanken, die mich da beschäftigen, wenn ich da jetzt hier meinen Trade-Gedanken dann eben auch in, ja, einen Trade quasi dann auch live umsetze. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Das sind die Gedanken hier heute am Morgen. Eigentlich, die politische Situation sieht nicht so rosig aus, aber kann auch sein, zumindest wertet der Markt es so, dass es eher Zähne rasseln ist beziehungsweise Säbel rasseln, nicht Zähne rasseln, Zähne knirschen wäre es, aber dass es eher Säbel rasseln ist und eben der Vermarkt wird es auf jeden Fall nicht ernst genommen scheinbar. Die Gefahr, die jetzt hier lauert, dass eben eventuell ein Anschlag oder was auch immer gegen die USA geplant wird. Allerdings muss man hier an der Stelle sagen, das ist alles in meinen Augen wirklich eben auch schon nicht mehr lustig, also nicht mehr lustig, nicht dass man, ich würde es ernster nehmen, sagen wir es mal so und ein zweites 9-11 können wir uns alle nicht leisten und wollen wir uns nicht leisten und wollen wir auch definitiv alle nicht sehen, aber wenn es käme, dann Halleluja, dann sehen wir an den Märkten definitiv Action. Allerdings muss man sagen, vor 9-11 war es so, dass die Märkte schon abknickten. Wir hatten vorher auch eine sehr, sehr schöne Phase auf der Aufwärtsseite und aber es war schon so, dass merklich die Märkte schon im Wendepunkt waren, dass quasi das scharptechnische Bild schon abwärts zeigte, was aktuell hier zumindest in den US-Märkten noch nicht der Fall ist. Was ich abschließend noch mal kurz machen wollte mit euch zusammen, ich wollte noch mal kurz auf den 4-in-Greet schauen, wo der aktuell rangiert, ob wir da immer noch so extrem hoch sind oder ob wir jetzt schon wieder so ein Stück nach oben gekommen sind. Am Wochenende, wir hatten vergangene Handelswoche 97 als Maximum, waren am Wochenende dann schon wieder auf 93 zurückgegangen, aber trotzdem noch ein extrem hoher 4-in-Greet-Index, was ja kurzfristig bedeutet, klar, wir können die Märkte bekommen, mittelfristig allerdings hier bedeutet, dass wir dann doch mal so ein bisschen knicken können und da müssen wir mal drauf schauen, was dort der Index zeigt. Hier sehen wir, im Moment müssen wir nach oben schauen, aktuell, ja, immer noch die 93, also ein sehr, sehr hoher 4-in-Greet-Index, was im übergeordneten Bild halt bedeutet, okay, wir können kurzfristig nach wie vor aufwärts laufen, so wie es gestern der Markt zeigte, aber mittelfristig sollte so langsam, auch wenn wir vielleicht noch mal kurz neue Allzeithrohs ausbauen, sollte hier so langsam die Luft raus sein, weil wer soll noch kaufen, wenn alle schon der Meinung sind, der Markt steigt und somit dann höchstwahrscheinlich dann auch schon investiert sind. Okay, wir freuen uns, aber ich freue mich dann um 10.30 Uhr, Andreas Müller mit dabei, im Live-Trading-Room, wenn ihr mit dabei seid, gleich um 9.30 Uhr, der Christian Kemmerer mit dem Devisenradar, also ich würde mich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt, bis später in alter Frische, euer Markus Klebe, bye bye und ciao.